So, das ist mal eine innovative Sache. Punkt 1, du hast hier einen Indikator, dann findest du das Kabel wieder, das ist so ein kleines blaues Licht, aber nicht so grell, dass das stört. Sehr gut. So, und jetzt ist Schluss mit ewigem Hin- und Hergewächse von den Kabeln. Da packst du hier, das ist USB-C, packst du da rein, machst ihn ran und er lädt. Das Ganze hält auch noch, das hält gut, da gibt es auch nichts zu meckern. Ja, und du hast halt die entsprechende Anzahl, wie es auf Amazon steht, hast du hier die Anschlussbuchse mit dabei. Hier noch so eine Klemme, das ist mal egal. Ja, und dann die Kabel dementsprechend. Ich werde das jetzt umstellen, das ist entschieden, das kommt ins Auto, das kommt neben das Bett, das kommt im Wohnzimmer hin und dann bestücke ich mein iPhone, mein normales Android, dann Samsung, solche Sachen, die bestücke ich jetzt mit diesen magnetischen Dingern und dann ist Feierabend mit Hin- und Hergewächse von diesen Dingern. Schnellladung funktioniert hier drüber übrigens auch noch, das kann er auch, wer es braucht. Ey, tip top, tip top.